Ja, meine Damen und Herren, ich sitze hier gerade am Brümmerhavener Bietstrand, wahrscheinlich Neuöffnung, weil vorher hat der nicht existiert hier, soweit ich das weiß. Und ja, wir sind hier für Sabrina TV Channel 1 hier und berichten hier live direkt hier, jetzt just in diesem Moment vom Bietstrand in Zimmerhaven gegenüber dem Mediterraneo und ihr solltet mal echt alle herkommen, weil das ist tierisch geil, hier geht das voll geil ab, ich zeig es euch mal eben, bleibt uns an. Und, habe ich zu viel versprochen, das geht hier voll ab, keine Corona-Masten, kein Corona, kein gar nichts. Boah, da glühlt mir die Nase, meine Nase und meine Wangen werden schon echt knallerrot. Ich glaube, ich habe einen Sonnenplan, ich glaube, ich muss einen langen kühlen Trink bestellen. Und wenn ihr Sabrina TV schaut mit unseren actionreichen Videobeiträgen, dann vergesst ja nicht, euch ein kaltes Getränk nebenbei zu stellen, auf der Couch oder am Sessel, zur Abkühlung, nicht, dass ihr nicht heiß lauft, vor lauter Videobeiträgen. Bis dann, Sabrina TV Channel 1, selbe Stelle, selbe Welle, schaltet sie ein und bleibt cool. Ich zähle auf euch.